Das heißt, für einen richtigen Kaffee-Fan würden Sie jetzt dieses Set hier empfehlen und für den Schach-Fan dann das und dann kann man sich das einfach ins Wohnzimmer hängen. Genau, man kann kleine Materialwelten natürlich zusammenstellen. Wir haben einmal hier den Kaffee-Fan. Okay, da sind echte Kaffee-Bohnen drin. Da sind echte Kaffee-Bohnen drin, da hat man auch den Luft dazu. Und klar, für den Spieler habe ich ein Schach-Spiel, was natürlich auch magnetisch ist. Das heißt, ich kann hier auch wirklich spielen? Ich kann wirklich an der Wand spielen. Ich bin jetzt nicht der beste Schach-Spieler, aber ich weiß, ein Turm geht nur geradeaus, könnte ich jetzt hier einfach auch werfen und dann nehmen wir das raus. Das Schöne an dem Wall-Lap letzten Endes ist es auch. Ich kann es von der Wand nehmen. Okay. Das heißt, man hat das Schachbrett auch immer gut aufgeräumt, weil es dann danach einfach als Style-Objekt an der Wand hängt.